Hallo zusammen und willkommen zurück im Studio. Ich darf euch kurz vorstellen, ich bin Ruth Sasek, das sind meine Schwestern und wir sind alles Töchter von Ivo und Andi. Und ja, mein Papa, er ist auch schon seit langem in dieser Aufklärungsarbeit und so weiter auch drin. Und er hat kürzlich so einen Begriff geprägt und der heißt Krisenprofitverbot. Und ich habe das Vorrechte, dass ich auch immer wieder halt höre, was er Neues plant und macht. Und das hat mich so begeistert, dieser Gedanke, dass niemand an den Krisen profitieren darf, wie zum Beispiel jetzt an der Ukraine-Russland-Krise. Während die Völker verarmen und in Not gestürzt werden, steigert sich das, die Konten von manchen Leuten in solche Höhen, dass man damit die Straßen Europas vergolden könnte. Und das wollen wir ein Ende setzen und das habe ich in einem Lied geschrieben, was ich jetzt mit Ihnen gerne singen möchte, um diesen Schulterschluss zu verhelfen, dass wir gemeinsam fordern, Krisenprofitverbot, niemand soll sich an irgendeiner Krise bereichern. Okay. Gemeinsam fordern wir Krisenprofitverbot In Zeiten der Völkernot Fordern wir Profitverbot Wann immer Geld regiert, herrscht Korruption Setzen wir die Endstation Der Krise durch Profitverbot Krisenprofitverbot Niemand soll sich bereichern An der Krise bereichern Niemand soll sich bereichern Kommt dir das nicht alles langsam auch etwas ulkig vor? Hast du nicht dieselben Fragen? Hast du nicht dieselben Fragen? Komm, wir fragen sie im Call Wer profitiert von den Kriegen? Wer Von den Wirtschaftskrisen? Wer Von den Weltpandemien und Weltklimakrisen? Hey Gemeinsam fordern wir Krisenprofitverbot In Zeiten der Völkernot Fordern wir Profitverbot Weil immer Geld regiert, herrscht Korruption Dann setzen wir die Endstation Der Krise durch Profitverbot Krisenprofitverbot 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 Profitverbot Hey Niemand soll sich bereichern An der Krise bereichern Niemand soll sich bereichern Ja, ja, hey Hier ist nichts okay Kommt besser jetzt ans Licht Denn das Volksgericht wird euch zur Rede stellen Ja, ja, hey Hier ist nichts okay Kommt besser jetzt ans Licht Denn das Volksgericht wird euch zur Rede stellen Gemeinsam fordern wir Krisenprofitverbot Gemeinsam fordern wir Krisenprofitverbot In Zeiten der Völkernot In Zeiten der Völkernot Oder mit Profitverbot Wer immer Geld regiert Herrscht Korruption Ketten wir die Endstation Der Krise durch Profitverbot Krisenprofitverbot 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 Profitverbot Hey Niemand soll sich bereichern An der Krise bereichern Niemand soll sich bereichern Ja, 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 ja und Floha UndIR works so und so zu sein Was bei47 verlief ich dir verea що Hey. Ich sage dir, wenn du solche Töchtern hast, da willst du ewig leben. Danke, danke für das wunderbare Lied. Wow.